Sie sind ein Segen, Mr. Clay. Dieser Ort war voller Unkraut. Sie haben ihm wieder Leben eingehaucht. Mrs. Parker und ich waren Freunde. Sie war die Einzige, die sich hier um mich gekümmert hat. Hier ist eine Nachricht. Da steht, ich habe ein Problem mit meinem Computer. Ja, Ma'am, wir regeln das. Sie hat sich gestern erschossen. Das ist Privatbesitz. Wisst ihr, was die hier machen? Die verarschen die Schwächsten in der Gesellschaft. Ich zäh bis drei Kumpel. Eins, zwei, drei. Da, hab's für dich erledigt. Ich werde den verdammten Laden abtackeln. Würdet ihr ihm bitte den Arsch aufreißen? Sie wollten mir erzählen, dass ein Mann das getan hat. Und alles, was Sie wissen, ist, er ist ein Bienenzüchter. Mit Bienenzüchter meinen Sie Beekeeper? Das ist gar nicht gut. Beekeepers ist ein Spezialprojekt. Es unterliegt nicht der Befehlskette. Ich schütze das Kollektiv. Wenn das System aus dem Gleichgewicht ist, korrigiere ich es. Wir haben Gesetze für sowas. Bis Sie versagen, dann haben Sie mich. Meine Finger, er hat sie abgeschnitten. Was soll das, Mann? Nicht bewegen. Hier geht's um viel mehr als um einen kleinen Internetbetrug. Das Geld wird in die ganze Welt verteilt. An Leute im Finanzwesen, sogar an die Regierung. Sie sind ein Problem. Verdammt richtig, ich bin ein Problem. Ich dachte, ich gönne den Feuerwehrleuten eine Pause. Kann jemand den Typ festnehmen? Wir müssen ihn töten, bevor er sich bis ganz nach oben mordet. Honig? Das Zeug brennt wie die Hölle. Verrückt, huh? Das Zeug brennt wie die Hölle.